Diefers, okay? Was bedeutet, bevor du geboren wärst! Und Rückstoß, ja? Ja, ist halt hart, hart, gut patrouilliert und sowas alles hier. Und ja, läuft auf jeden Fall der Hase in dem Gameplay. Und ich hab am Sonntag, am letzten Sonntag, hab ich mein 100-Abonnenten-Special angefangen, die Montage, gell? Und da hatte ich, keine Ahnung, was hatte ich da? 86 Abonnenten, auf jeden Fall nicht viel. Ja, und jetzt, jetzt hab ich nach, jetzt ist es gerade, ja, jetzt ist es wieder Sonntag nach einer Woche, hab ich einfach mal 20 oder 30 Abonnenten, fast schon mehr, Alter. Ich hab 109 jetzt. Und, was geht denn ab bei euch, Alter? Ich hab die Montage nicht mal zur Hälfte fertig. Und deswegen, die Sache geht, jetzt mal den Grund, warum ich überhaupt das Video hier mache. Und zwar sind mir die Clips ausgegangen und sowas alles. Und ja, jetzt nicht, dass ich irgendwie total schlechte Freunde hab, die schlechten Kaufstüte sind oder sowas. Nein, eigentlich hab ich da auch echt gute Bieste, auch in der Freundesliste. Und da werde ich natürlich auch viele verwenden. Ich hab sogar einen holländischen Kollegen gefragt, ob ich hier seine Clips verwenden darf. Und ja, ihr könnt euch von jeden Fall darauf freuen, ja, aber trotzdem krieg ich die Montage noch nicht ganz voll mit den Songs und sowas alles. Und deswegen wollte ich mal fragen, ob irgendwie ein paar Abonnenten bzw. Kollegen und sowas alles ein paar Clips für mich haben. Und dann schreibt das einfach am besten mal in die Kommentare und dann schreib ich euch per private YouTube-Nachricht an und so. Und dann klären wir das. Ja, und das war auch schon die einzige Frage, die ich in dem Kommentar ansprechen wollte. Wie gesagt, schreibt das am besten in die Kommentare, so, falls ihr... Sonst könnt ihr mir einfach in der privaten Nachrichten, was ihr für Clips habt. Und dann filme ich die sonst zur Not auch ab, falls ihr gerne eine GameCapture oder sowas habt. Und deswegen, ja, läuft der Hase dann. Und ich glaube, ich habe jetzt schon den Trailer gesehen, glaube ich, weil den lade ich nochmal vor dem Commentary hoch. Und der gute Famous, ja, der macht ja auch eine 10.000 Abonnenten-Special-Montage. Und da hat er jetzt auch gestern seinen Trailer oder vorgestern seinen Trailer rausgehauen. Und der ist im Grunde exakt gleich, Alter. Das hat mich richtig geärgert. Also nicht exakt geil, aber halt ungefähr so ähnlich. Und aufgebaut und alles nur halt... Ich glaube, seiner geht irgendwie eine Minute und so und meiner geht eine halbe Minute oder so. Aber vom Ding her und alles ist es halt total gleich. Und jetzt denkt ihr bestimmt, ja, komm, hier, Charlie hat kopiert und so. Aber nein, ich hatte den Trailer, glaube ich, Freitag angefangen oder so. Und da hat er ihn halt noch gar nicht hochgeladen. Und dann gucke ich mir so sein und ich denke mir so, scheiße, nein. Aber ich habe jetzt wirklich keinen Bock, den nochmal neu zu machen. Deswegen lasse ich ihn jetzt einfach so, wie er ist. Und ja, ich denke mal, da werdet ihr kein Problem mit haben und so. Ja, und jetzt werde ich... Ey, Leute, ich nehme das Commentary gerade um 5 Uhr morgens auf, gell? Und ich werde jetzt angeschrieben. Fick dich, ich drücke dich weg. Egal. Ähm, ja, jetzt gucken wir, wie ich hier bei Nehop. Oh, süß, ne? Süß, ne? Das ist auch einer meiner ersten Mobs, muss ich dazu sagen. Genau, da habe ich nachher noch eine Freundin angerufen. Ähm, das war, glaube ich, richtig spät in der Nacht. Und dann habe ich die noch angerufen und irgendwie geschrien. Ja, ich habe die Mob und sowas alles. Mich übelst gefreut. Seht ihr ja auch gleich, war richtig peinlich eigentlich. Ich glaube, das war meine fünfte Mob oder so. Ja, steht da oben rechts, seht ihr es ja. Ja, eigentlich gut peinlich und so. Und ja, ähm, in der Montage werdet ihr auch... Äh, in der Montage... In dem Trailer werdet ihr auch gesehen haben, ähm, wann die Montage denn ungefähr kommt. Ähm, 10. nämlich. Und bis dahin muss ich halt die Clips haben. Übrigens, ein Kollege hat mir auch einen LOL-Clip eingeschickt. Also so ein Pentakill, heißt das Pentakill, heißt das, glaube ich. Ähm, und den werde ich dann auch versuchen zu editieren und sowas alles. Und das da auch noch mit reinkommt. Ihr sollt mir aber keine LOL-Clips schicken. Das hat der Typ halt nur so aus Spaß so gemacht, sage ich mal. Und ja, das war's mit dem Gameplay-Kommentary 30 zu 1 Ende des Gameplay. Ja, haut da rein, Leute.